Naturstein und Sand. Wasser in all seinen Erscheinungsformen. Delicate Structures ist eine neue Art, sich von der Natur inspirieren zu lassen. Anspruchsvolle Glas- und Porzellantexturen und innovative Produktionsverfahren wie 3D-Printing oder Laser-Sinter schaffen haptisch raffinierte Oberflächen. Filigrane Strukturen, viel Transparenz und helle Töne vermitteln sinnliche Leichtigkeit. Geflochtene Körbe und geschmiedete Messer, gusseiserne Pfannen und robustes Steingut. Honest Materials lässt Tradition lebendig werden. Hochwertige Handwerkskunst wird wiederentdeckt. Im sorgfältigen Umgang mit ursprünglichen Materialien entstehen Produkte, die schlicht überzeugen. In erdigem Braun und dunklem Blau. Fantasie, intensive Töne, wilde Motive und Designierungen. Jumbled Pattern setzte Experimentierfreude keine Grenzen. Von Überdruckungen und Schattenspielen bis hin zu Selfmade-Optiken. Im kreativen Durcheinander trifft Erfinderisches auf Nostalgisches. Überraschende Muster für Produkte des Alltags beweisen, Design hat Humor. Dunkle Edelhölzer, Leder, Metalle und Marmor. Mit charaktervollen Flächen und klaren Silhouetten definiert Notable Shapes Eleganz neu. Skulpturale Objekte enthüllen eine starke Formsprache. Intarsien und geometrische Muster setzen Akzente. Blüten werden ungewöhnlich inszeniert. Zitate der klassischen Moderne werden zeitgemäß interpretiert. Trends 2017 in Szene gesetzt durch das Stilbüro Bora Herke-Palmisano.